Ich gebe dir einen Punkt. Aus Mitleid. Ich war's. Ich war's. Darke Leistung. Gutes gemacht, Blubli. Gut, dass du den Punkt gehalten hast. Geil. Du kannst den Affen überleben. Mach weiter so. Warum hast du so eine Axe vor dem Affen? Der Affe? Weil das ist voll schlimm. Ich kann nichts gegen den Affen machen. Wurdest du im Zoo mal von einem Affen angegriffen? Wahrscheinlich. Hab die nicht so affig. Wurdest du von einem Affen vergewaltigt? Ja. Im Zoo. Lena, ich rede nicht mit dir. Komm, ich mach die Mercy, dann mach du... Ja, ich will sie in die Küche spielen. Dann kannst du Hanso spielen. Mach ich? Geht doch Hanso. Ja, ich sag ich mach die Mercy, dann kann er Hanso spielen. Pfff, als würde ich auf dieser Map einen Namen mitnehmen. Bist du müde? Ich bin nicht in's Spiel. Ich bin nicht in's Spiel. Ich bin nicht in's Spiel. Ich mag die Map verteidigen, nicht. Was soll ich in's Spiel? Sag mir irgendjemand was. Was? Ähm, du nimmst ein Geschütz. Mai ist gut auf der Karte. Du kannst die ganze Zeit den Eingang blockieren und wie du auch noch... Hallo. Ja, hi. Hallo. Hallo. Hast du Mama vermisst? Nein! Du hattest so ne Angst, dass Mama rauskommt. Du bist erstmal weggelaufen. Ja, aber das ist normal. Dein Gesicht... Da wird immer weglaufen. Ah, danke. Du hast du ne Freundin? Nein. Frag dich mal warum. Deine Rechte, Mann. Hallo, ich weiß ziemlich genau warum. Na, ich jetzt auch. Das ist dein Freund. Nein. Frag dich mal warum. Wahrscheinlich, ja. Danke, danke Leute. Show them what you can do. Kommt her, ich habe euch tot. Ich glaube, du bist schneller weg. Ich bin dafür, wir gehen alle hinter die Wand wieder, weil... Das machen wir normalerweise auch wieder rein. Oh mein Gott. Ja, schön. Alter, Alter, was wird da alles draufgeballert? Ey, die haben niemanden, der da rüber geht. Die haben einen Hanson. Äh, Eiswand. Mein Schild ist gleich da unten. Ich bin dort. Ich bin so gut wie tot. Uh. Eieieieiei. Die Granate geht durch Wände, wenn er mich veralbern? Ja, bei mir gerade auch. Durch die Tür hier. Irgendwie ist die Tür kein Lockmomentum. Ja. Ja. Okay. Okay. Alter, guck mich diesen Junker in Landtag. Der Junker ist... Der ist tot. Der ist tot. Mhm. Ich mein Gott, das Aim. Oh Gott, der hat bestimmt seine Ulti jetzt. Oh, oh, in den Landtag. Links ist fast durch. Links ist fast durch. Ne, doch nicht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, halt. Ach. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ja, das habe ich voll erschrocken. Okay, das ist so ein Horrorspiel gewesen. Ich hab die mal Outlast gespielt. Ich habe mich von der Tür rein. Oh, nein. Amor. Amor von everyone. Lumenturischen Bazar hier. Ziege gegen Amor. Oh, nein. Hier in der Ecke. Ich hab ihn aus der Luft. Die Granaden fallen. Alter. Oh, er holt sich von hinten. Ich hab den Klingstab. Ja, klar. Das Reden ist sehr ungenugt. Oh, 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 oh. Hab sie. Amor. Voll, Amor. Da ist der Hanson noch. Links. Passo, wie noch. Mach! Okay. Welcher McCree? Hm? Welcher McCree? Ja. Da wird immer einen Grund haben, einen Nude zu usen. Oh, Gott. Oben rechts, Hanzo. Oben rechts, Hanzo. Oben rechts, Hanzo. Sehen. 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 Sehen nicht mehr. Hanzo oben. Wer will nicht sterben? Wie oft muss ich so einen B-Song treffen? Hat er einen D-Land? Okay. Werden ihr nachher so weit sein? Ich glaube oben rechts, ruhig. Kuss mal auf einer. Hanzo ist da unten. Okay, die ist nur ein B-Song. Nein, nein, nein. Oh, geil. Oh, geil hier. Rechts oben, Hanzo. Rechts oben, Hanzo. Rechts oben, Hanzo. Ja, ich sehe ihn. Ah. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Du hast einen Hanzo. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ja, guck mal. Gett, ich hole dich direkt. Und der Hanzo ist. Nein. Jawohl. Wie oft hast du die ab? Oft. Gott sei Dank. Hanzo oben rechts immer noch. Ich habe dreimal geschlossen. Ich habe ihn denn endlich! Zünder! Ich behalte dich. Ja, sorry. Binji rechts. Binji rechts. Binji down. Oh, wir haben einen Telefon. Ich brauch doch ein bisschen. Oh Gott. Ah. Wow, das war echt krass. Das war echt krass. Das war echt krass. Das war echt krass. Ich habe einen kleinen Fans. Ja, Mann. Gis. Hi, das bin ich! Du bist doch der Einzige, der wirklich reingeschossen hat. Ich glaube, ich habe wirklich krass. Ja, kann sein. Ich habe glaube ich krass. Ja. Der Einzige, der wirklich krass. Ich muss mal aufholen. Alter, guck dir die gut hier an. Ja, aufhinein. Ja, aufhinein. Ja, aufhinein. Ja, aufhinein. Ja, aufhinein. Ja, aufhinein. Ja.